Rindfleisch von Rippen wird kurz, aber scharf von allen Seiten angebraten. Möhren und Zwiebel sofort zusammenreihen und anbraten. Als nächstes Knoblauch, viel Knoblauch, Tomatenmark und Weizenmehl. Leckere Gewürze nach eurer Wahl. Und jetzt sehr günstiger Zutat, heißes Wasser, Wein, rot trocken und jetzt leckeres Dunkelbier, Guinness Bier, Honig muss man auch nicht wählen, dann Soja-Soße und natürlichen Salz, nach Geschmack. Rindfleisch wieder rein und dann einfach eineinhalb Stunden schmoren lassen. Festkochen das Kartoffeln rein und dann wieder schmoren lassen, circa 40 Minuten, dann lecker Essen. Rindfleisch Rindfleisch